In dem Mittelabschnitt. Bozen ist in der Eiswelle weiter das dominante Team. Linz-Torhüter Kickert präsentiert sich an diesem Abend aber in toller Form. Er kann sich in dieser Aktion mehrfach auszeichnen. Somit bleibt es nach 40 Minuten beim 1 zu 1. Im Schlussabschnitt bleiben die Hausern am Drücker und sind dem Tor deutlich näher. Zunächst scheitert Frigo und auch Geiger bringt die Scheibe nicht im Kasten unter. Es bleibt beim 1 zu 1.